Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mein Ding wieder angepasst bekomme. Hier ist alles drauf. Versuchen wir es mal. Klemmer? Ja, versuchen wir es. Warte auf andere Spieler. Jetzt geht es los. Hole in one. Da schließe ich mich mal kurz mit an. Siehste, passt doch. Als ob. Komm, hole weiter. Nein. Ach man. Ich hoffe wieder zurück am Anfang, Markus. Hole in one. Oh Gott. Der fällt noch rein. Nein. Wieso geht der immer nach rechts? Das Ding ist doch... Das Ding ist doch eine coole. Wie kann der da nach rechts fallen? Verstehe ich nicht. Schade. Du, dein Weihnachtsspekulatius da. Ich krieg eh 14. Ne, doch 12. Okay, gut. Totaler Beschiss. Eigentlich hätte ich genauso wie Kev diese Bahn da runterrollen müssen und der springt aber nach rechts weg. Ja, aber bevor das ja doch gerade so weitergegangen ist. Ach Gott, wie soll ich die da? Herzhaft. Du bist denn da? Wo musst du denn da jetzt hin? Oben. Hui. Das ist nicht so weit. Wenigstes Paar. Wo musst du jetzt die... Zwischen den Dingern, wo die Kugeln rauskommen. Ach, da durch. Okay. Da, quasi. Und jetzt links. Naja. Ja, da liegt aber scheiße. Da ist aber eine coole vor dem Loch, was du eigentlich machst. Ja, doch nicht. Sind vier. Käffn mit Pancake, wo ein Kuchen. Naja, Pfandkuchen. Frankenkuchen. Ich hab... 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 Genau an diesem Scheiß. Ja, das ist sehr geil. Natürlich flieg ich da hinten drüber über die... Jawohl. Ja, nein, 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 nein. Der rollt wieder runter. Ich glaub es nicht. Dankeschön. Der Borg, der... Das war gut, dass er mich eigentlich zurückgeworfen hat. Oh, das tut da, ey. Ja, das sind paar. Ogi. Krisch. shiny ... Die Oh, krass, so. dadurch darüber so jetzt da unten rein okay naja schade bisschen zu ich bin dann mal weg so bis jetzt irgendwie mal fertig vom springen welchen wieso verstehe ich nicht so stehe ich einfach nicht wie ein ball an einer geraden fläche mit der du mit dem schrägen winkel drauf schlägst gerade wieder zurück springen kann es mir physikalisch ein rätsel ich werde weg schade ah nein das war zu fest weil er noch ewig dann weiterspringen muss heute darfst du denn noch zehn sekunden angucken wieder weiter um springt weiter und die zeit wird noch 25 sekunden und ich krieg dich und du springst so wie die wieso sonst was rum jetzt neuen schläge am ende acht schläge baby mit fünf ich bin ganz umschuldig da wurde zu viel naja der ist zu viel vor allem hat er auch nicht drüber weiter springt sondern der bleibt dann da hängen und springt dann quasi wieder raus naja man was halt so mein gott kommt ja wieder zurück richtung loch in richtung loch in richtung loch halt auf dich nur fünf schläge noch ein Victor krisch 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 leck mich doch am arsch der weine scheiß kuhle drin und spring wieder raus oder was verarsch mich kannst du selber ich weiß ich bin war in der kuhle und fängt dann wieder mal wieder raus und sagte dann ja kriegst du noch ein du hast war so deutlich gefühl das geht nicht weiter das musst du noch verlieren noch nein ich habe mit der scheiß kante hängen ich stehe Jetzt hast du das Spiel mich, jetzt hast du das Spiel mich gerade, jetzt fing es nämlich an. Wenn du gut startest, kommt da so eine Kacke am Ende noch raus. Natürlich genau da, wo ich dann schlage, da hatte ich keinen Winnstoß. Bei mir haut er mich einmal kurz nach links komplett weg. Ich werde nachher links weggeschossen, also ich sei froh, dass du wenigstens ein bisschen was abkriegst. Double bogey, naja. Jetzt werde ich mich am Anfang gestartet, wieder zurücksetzt, das ganz sehr gut. Oh, scheiße. Ja, ich sag ja, das Spiel hasst mich jetzt gerade. Neun Schläge, weißt du? Natürlich, natürlich, natürlich ist dein Vergebnis. Natürlich finde ich da drin vorbei. Tschüss. 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 Mann, wenn duIDDers Zug bestätisses? Sollte Oh nein. Ha. Selbst dieses Ding macht Geräusche. Das ist mir jetzt gerade schön drüber weggesprungen. Boogie. Das wäre eigentlich einer weniger gewesen. Das bringt er nämlich oben drüber weg. Als ob ich da oben abgefreit bin. Natürlich. Warum auch nicht? Warum sollte man auch da rüberkommen? Nein, nein. Wir prallen erstmal ab, damit wir nur einen Schlag versorgt bekommen. Ach du Scheiße, wo fange ich hin? Ich sehe nichts mehr. Oh ja, der war gut. Ich bin doch zweimal falle ich auch in dieser Scheißröne da oben wieder raus. Das gibt es doch nicht. Das wird aber nichts, dass ich darüber komme, oder? Ach, das ist nicht wahr. Das sind so meine 4. Das wären 3 geworden. Ich bin gerade das keine Kohle dahinter. Ständig irgendeinen Bug hier, ey. Ja, aber so geht es mir die ganze Zeit. Du wirst da noch im Zweifel irgendwo weggeschossen. Ganz oft. Ganz oft jetzt. Ja. Aber ich halte das hier über den Schwerpunkt vorne nach vorne rein kippt. Weißt du? Aber so geht es mir ständig. Ständig hast du die gleiche Scheiße an der Backe. Nein, ich fahre zu langsam. Ich komme noch nicht rüber. Ich war zu stark. Hm? Ich war zu stark. Also. Ach, Mann. Der verhungert. Weißt du, du hast schon fast volle Power, der verhungert dir. Komm jetzt da. Ja, ja. Super. Komm jetzt. Und, 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 und. Und dann da runter. Das ist mir auch passiert. Ich habe gesagt, dass der da reinrollt. Nein, nein. Der rollt da noch oben weg und wieder raus. Weißt du, ich habe das Ding mit einem Viertel Kraft geschlagen. Oh, nein. Da springt es wieder raus. Ist ja klar. Ich wäre auch nicht. Naja. Hier ist es bei mir auch gerade. Und sagt der auch, komm. Lieber aus dem Tor. Ja, natürlich. Ja, klar. Wie soll man denn auch darüber springen, wenn es dann wieder rausfliegt? Und ins Wasser ist ja klar. Sieben Schläge, ey. Ich bin froh, dass du sieben hast. Oh, nein. Da fliegt. Und ich hole es jetzt genau so weit hinten. Ah. Herzhaft. Zurück an der Start. Der Fallding. Du wirst hinten vor dem zweiten Ding noch getroffen. Und der haut dir da. Und der haut dir da dann an den Start zurück. Ja, Gott sei Dank. Wir beide durch. So, und die Hetze. Und auch noch überfügig. Echt. Bad boy Gott sei Dank, ich setze mich so in diese Scheiß, in diese Röhre noch rein Na komm, am besten jetzt direkt durch bis zum, bis zum Ziel Alter, ein Millimeter an dem Scheißloch vorbeigerollt Oh, der könnte gehen, der könnte gehen, der könnte, 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 könnte Genau so, genau so bei mir auch Aber das ist echt knapp gewesen, ne, das ist schade Ja, paar Ein, ein Pünktchen Ich möchte die Runde, möchte ich dir vor, die, die Dings versaut hab Der geht genau da durch, das soll er auch, perfekt Und gilt natürlich, fall ich wieder runter, ist ja klar Pop Pop Ja, du hast gewonnen, Glückwunsch Held dich mal Wofür ist dieses, dieses Speed-Teil da, wenn es dich nur uns aushaut Also, steh, steh ich nicht Ja, so ist okay Gut, wir müssen da rüber Nicht halt so fest Schön Nee, nicht Schade, da, kurz, die Katze da hinten Ja Ja Ich bin nicht mal, eine Runde gewonnen Dann trotz ich Ja Ich bin nicht mal, eine Runde gewonnen so wollen wir noch eins oder wollen wir schon wechseln ist mir eigentlich herzlich egal wir können gerade spielen wir können wechseln ich bin da relativ flexibel